Jungs, die Lostrommel ist heiß und wir mixen noch mal durch und ziehen das magische Los, wir öffnen es, wir öffnen es und der Gewinner ist die Webpiece Jungs! Auf geht's! Hallo und herzlich willkommen hier am Start bei dem Webpiece, mit mir, dem Chris, der Frankovic, opala, der Frankovic ist in Rosenheim am Start und ihr wisst es, was auf dem Plan steht, hier dieses Säcke Turnier United World Cup, organisiert von den absoluten FIFA Legenden und es ist noch eine Wildcard zu besetzen. Nice! Jungs, was die dafür machen wir jetzt, ihr müsst, wie gesagt, Hashtag Whappy Screw unter das Video vom Gamerbrowser drunter prügeln. Ich hab's extra nochmal aufkleben, Jungs und wir haben sie natürlich gedacht, als Dankeschön dafür, wenn wir dieses Ticket bekommen, ja, bitte alle mal kurz festhalten und ordentlich mitschreiben. What? Unter unser Video, auch natürlich Hashtag Whappy Screw und natürlich unter das Video vom Gamerbrowser. Okay! Um uns zu qualifizieren und wenn wir uns qualifizieren, Jungs, dann verlosen wir dreimal unseren Sicken-Sicken-Merch und dreimal eine 25er PSN, Xbox Live, Amazon Karte, je nachdem. Einmal ein Abo-Game VIP bei uns am Channel. Und jetzt kommt das Allerbeste, sollte jemand natürlich uns so krass supporten wollen, dass er dieses Video teilt, über Facebook, Instagram, ETC, jedes erdenkliche Medium, gibt's bei uns, ihr wisst es, am Kanal für unser Quartals Leaderboard, wo man auch mega geile Preise abstauben kann, unsere Vaponeten. Für jedes, wo ein Screenshot ETC gemacht wird, zur Bestätigung, dass ihr das geteilt habt, Jungs, gibt's tausend Vaponeten von uns auf den Nacken. Das heißt, 100 beziehungsweise tausend Minuten Watchtime, 100 Minuten, wie gesagt, für unsere VIPs, tausend für jeden Normalen. Jungs, damit könnt ihr ganz, ganz schnell, mega, mega mäßig nach oben kommen und vor allen Dingen uns so dermaßen supporten, dass wir in dem geilen, geilen Turnier bei den mega Legenden mit dabei sein können. Weil, es ist ja schon bekannt, wie gesagt, Master Scorpion, ETC, alles mit am Start. Die, wo der Franco und ich vielleicht doch gerne mal rasieren wollten oder natürlich auch jemand anderen. Und, wenn es uns natürlich die Möglichkeit gibt, die Weppies Crew, dass wir zusammenhalten und uns, wie gesagt, so dermaßen in den, in den Chatverlauf pushen, Jungs, dann können wir das miteinander schaffen. Was ist euer Handwerk? Wir haben es euch ja auch versucht, leicht zu machen, indem, dass wir natürlich den Link auf dem Gamer Broski unten im Video gepusht haben. Das heißt, ihr müsst bloß aufklicken, Hashtag Weppies Crew machen und das Ding läuft weiter. Ja! Ja! Und die Preise, wie gesagt, sind bekannt, deshalb schau mal vorab. Vielen, vielen herzlichen Dank, natürlich auch von Frankovic, ist eh klar. Und danke schon mal, dass ihr uns so krass supportet. Jungs, eskaliert, penetriert, let's fucking go!